Moin! Willkommen in Nürnberg! Langwasser Süd ist der östliche Endpunkt der U-Bahnlinie U1. Bei der Haltestelle Scharfreiterring verläuft die Strecke oberirdisch, in der Mitte der Otto-Bärenreuther-Straße. Im Hintergrund zweigen die Gleise von und zur Betriebswerkstatt nach links ab. Wenn die Gleise von der Unterkunft in Nürnberg ist, dann geht es um die Gleise von der Gleise. In der nächsten Jahr, wir sehen uns im Hintergrund, der wir uns wiederholen. Der Scharfreiterung ist die Gleise von der Gleise. Die Gleise von der Gleise von den Gleise und der Gleise von der Gleise von der Gleise aus dem Nürnberg, Die Strecke führt weiter oberirdisch in die Stadt, wie zum Beispiel hier in Langwasser Nord. Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Aufnahmen entstanden während des Evangelischen Kirchentags 2023 in Nürnberg. Die VAG, also die Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg, hat die vielen zusätzlichen Fahrgäste bei dieser Großveranstaltung ganz reibungslos an ihre Ziele gebracht. Zum Beispiel mit einer dichten Zugfolge bei der U-Bahn. Ein großes Lob dafür! Nachdem die Innenstadt im Tunnel durchquert wurde, fährt die U1 auch im Westen oberirdisch weiter. Von Muckenhof bis Stadtgrenze verläuft die Strecke als Hochbahn. Stadtgrenze Die Strecke als Hochbahn Die Strecke als Hochbahn Die Hochstrecke ist eine schlichte Betonkonstruktion. So sieht sie von unten aus. Die U-Bahn verläuft hier direkt. neben der Bahn von Nürnberg nach Fürth, der ältesten Eisenbahnstrecke Deutschlands. Die Strecke als Hochbahn ist eine Haltestelle zurück in Richtung Innenstadt. Dort verläuft die Strecke ebenerdig, in der Mitte der Fürther Straße. und die Strecke als Hochbahnstrecke als Hochbahnstrecke als Hochbahnstrecke. Am U-Bahnhof Eberharzhof können Züge wenden. U1 Richtung Langwasser Süd fährt auf Gleis 2 ein. Wir sind an der Haltestelle Fürth-Rathaus. Zwei eingleisige Tunnel führen von hier aus in Richtung Fürth-Hauptbahnhof. Wir sind an der Haltestelle Fürth-Hauptbahnhof. Wir sind an der Haltestelle Fürth-Hauptbahnhof. Auf der U1 sind die Züge der Baureihe G1 im Einsatz. Hier sehen wir einen solchen Zug im Bahnhof Fürth-Harthöhe, dem westlichen Ende der Linie. Hier stehen bei der Haltestelle für 워RAihe G1 und der Böden-Wahraimhe G1. Das war's für heute. Damit sag ich tschüß und bis zum nächsten Mal! Let's start!